Hallo, ich stelle euch heute Lore vor aus dem Hause Frodo und wir fangen mal mit dem rosanen an. Lore ist eine klassische Sandale von Frodo. Wir empfehlen sie gerne für schmale bis mittelbreite Füße. Das sieht man hier vorne ganz gut. Für den breiten Fuß ist sie eher nicht geeignet. Aber man kann sie super gut wirklich an verschiedene Fußformen anpassen. Und zwar hat sie hier vorne die Möglichkeit, das braucht man eigentlich nicht jedes Mal wieder auf und zu machen, wobei meine Tochter hat es eigentlich jedes Mal aufgemacht, weil sie das irgendwie besser fand und dann wieder angepasst. Und sie lässt sich auch super gut am Knöchel anpassen. Das heißt, ein flacher Spann und auch ein hoher Spann passen bei Lore ganz gut rein. Auch ein sehr zarter, schmaler Fuß passt rein. So, es gibt ihn mit diesem wunderschönen Herzmuster hier vorne. Oder in vielen verschiedenen Farben mit dem Blumenmuster. Das ist eigentlich von der Anpassung her genauso wie bei den Herzchen. Da kann man wirklich auch vorne gut aufmachen und gut anpassen. Und dann gibt es ihn noch mit super coolen Blättern. Ist ja mein persönlicher Liebling, würde ich ja auch sofort anziehen. Und Glitzerpizza. Der ist total genial. Gerade kleinere Mädchen stehen ja voll auf Glitzer, aber auch die größeren teilweise. Kann ich sehr empfehlen. Sehr schöner Schuh. Und dann gibt es noch ein neues Modell von Lore und der ist ein bisschen anders als die anderen. Und zwar kann man den vorne nicht anpassen. Das heißt, diese wunderschöne Form ist total cool. Ist aber nichts für einen schmalen Fuß. Das heißt, hier passt ein mittelbreiter Fuß gut rein. Hier passt auch ein Fuß mit einem höheren Spann rein. Aber wirklich nichts für die schmalen Füße. Und der besondere Clou hier ist auch, dass der sich noch ein bisschen anperst. Der hat nämlich hier so einen kleinen Gummizug. Sodass da eigentlich fast jeder Fuß von mittelbreit reinpasst. Also mit flachem Spann, mit hohem Spann. Das ist Lore in diesem coolen Mustermix. Mein Liebling nach den Blättern. So, das war's.